Hallo, wir alle hatten ein wunderschönes Jahr 2006. Ich wünsche euch jetzt richtig schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neujahr. Wir möchten uns auch bedanken bei euch für die gute Mitarbeit und wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Guten Rutsch ins Neujahr. Und da ist das Tor. Und nochmal. Klose, Tor. Super gelobt. Klose. 2 zu 0. Klose, Tor. Und eine schöne Feier. Tschüss. Frohes Fest und einen guten Rutsch ins Neujahr. Philipp Lars. Tor für das Schönen. Noch einmal dieses wunderschöne Tor. Ja, hallo. Das Jahr 2006 war natürlich sehr erfolgreich. Ich wünsche euch allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Neujahr. Tschau. Die Spieler, die Trainer, die Betreuer, das ganze Team wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest und einen tollen Rutsch ins Neujahr. Gesegnete Weihnachten, wie schon gesagt, auch den Familien alles Gute und feiert schön. Und meinst du euch tore, das ganze Team wünschen euch. Und alle dein Weihnachten, die Geräusche sind wunderschöne. Und alle dein Weihnachten, die Deutschen wünschen euch. Und alle dein Weihnachten, die Lebenszeit sind wunderschöne, die Geburt족schöne sind wunderschöne. Untertitelung des ZDF, 2020